Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer Folge Call of Duty Monomore 4 3 Multiplayer das wird mal die erste Folge sein die werden nicht so regelmäßig kommen jeder Rest euch auch nicht Slack noch ein bisschen aber ja weil ich gerade irgendwie alles aktuell ist im Hintergrund die ich gerade sehe ich bin nicht der Oberprobel massiv ich hätte meine erste Waffe wechseln müssen es kommt auf den Spaß hui da fliegt die nunmals hätte sie hochgegeben müssen als im Echenliegen er ist explodiert nein da wird ich einmal schlau sein einmal ich will mal gucken was habe ich da da darf ich die scheiße irgendwo gehen das war zu dumm das war zu dumm ok ey ich bin echt nicht so gut ich bin echt scheiße und die Folgen werden also die Folge wird jetzt nicht so lang weil ich nämlich noch wohin gehen muss zum Mechanik natürlich zum Frequent-Enroe-Level-Level-Level-Level auf강a ... also dann komm 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 kommt ich Messer tustich komm komm muss ich besser so ich schlaufe hier durch die Straße von Paris Junge, wo schieß ich gehen? Oh, ich bin zu dumm. Ich will immer alle Messern. Ich glaub, da ist grad einer reingelaufen. Komm her. Junge, erschreck mich nicht. Nein! Scheiße. Hä? Was soll? Ja, was kann ich noch erzählen? Also, es ist nicht so gut mein Spiel, wie man sieht. Ich guck mal. Eher 2 zu 5. Das ist, das ist mies, das ist mies. Da komm ich dann jetzt von hinten und dann erstmal richtig einseifen die Penner. Was machen die jetzt bloß einmal? Ich schwör's dir. Einmal machen die das. Ich glaub aber ich lauf zu weit. Hm. Äh, zu weit vorne. Nein, doch, es müsste passen. Jetzt geh ich mit der rein. Scheiße, ich bin noch zu weit vorne. Erwischt. Fick dich. Ich, ja. Ich muss kurz die Aufnahme unterbrechen, um die Folge zu sehen. So, ja, da bin ich wieder zurück bei, ähm, Call of Duty Modern Warfare 3 Multiplayer. Genau. Ich wollte gerade vorhin sagen, also, die Aufnahme ist gerade eben abgestürzt, und da wollte ich sagen in der Aufnahme, dass, äh, ah, dass es sein kann, dass er gleich abstürzt. Weil das immer so ist, wenn ich das aufnehme, da mein Laptop das nicht so lange aushält. Und jetzt wird man wahrscheinlich gerade übelstaub, wie ich jetzt gerade Sachen einstecke. Oh, oh, oh. Und dann, oh, oh. Mein Gott, sehen uns gleich wieder im Spiel. Bis gleich, tschüss. Oh, okay. Ya, und da bin ich, unes fänglich anzulecken. Haha, wer hätte es gedacht? Und ich sehe gerade nicht meine ganze Anzeige unten, weil, oh, oh. Scheiße. Weil sich das Bild und die Aufnahme etwas anders groß gemacht haben. Deswegen kann es sein, dass es im Video auch mal kurz verändert sein könnte. aber nicht böse sein, deswegen, bitte. Okay, jetzt kommt der Junge. Oh, scheiße. Wow. Oh, Mann. Ja, ich spiele gerade heute am Tag zum zweiten Mal, deswegen könnte ich auch nicht so gut sein, wie man sieht. So, ich spiele gerade. Oh, mein Gott. Ey. Ich habe ihn gesehen, ich habe ihn gesehen. Das gibt's doch nicht. Und der Sack steht da, oder? Ja. What? Den krall ich mir jetzt. Aber nicht mit den Waffen, sondern mit der. Und ich muss jetzt vorbeilaufen, oh, dass mich ein Gegner sieht. Ich sehe mich nicht, ich sehe mich nicht. Achso, der wurde schon gekriegt. Und jetzt laufe ich weiter durch die Well. Und... Warte mal, komm mal, komm mal, komm mal, komm mal, komm mal. 2 zu 2 zu 9. Ja, das ist mein... Oh, Junge, schreibe ich nicht. Ja, es ist... wenigstens etwas. Paintball-Kanone. So. Jetzt läuft's gerade etwas besser. Ich gehe vor. Und bin tot. Abschluss bestätigt. Scheiße, ich musste ihn... Ich wollte ihn messern. Verdammte Scheiße. Den krieg ich, den krieg ich, den krieg ich, den krieg ich. Jorga! Guten Morgen! Oh, Mann! Blöde Hubschrauber. Ich hasse dich. Mist. Ja, so schnell kann's laufen, meine Damen und Herren. Wo bist du? Ach, du bist schon tot. Alter, jetzt lagst du bei mir gerade übelst. Ja. Ey, das ist immer so blöde Kacke, wenn da immer 24.000 Leute auf einmal kommen. Ich schieße jetzt einfach mit der Hand um. Dreh dich, dreh dich! Nein! Sag mal, spiele ich mit den gleichen von gestern, oder was? Double Kill! Nein! Ja, so schnell kannst du gehen, natürlich, bei Call of Duty. Call of Duty ist auch so ein schnelles Spiel. Boah, ich bin mal. Ich bin gespannt, wie meine Statistik aussehen. 24 zu 2000, oder? Scheiße, ich war der letzte Abschuss, wahrscheinlich. Ja, ich war der letzte Abschuss. Ja, der hat doch 2000 Kilometer daneben hingeschossen, nein, ich bin so ein Scheiß. Oh, oh, ich bin zweiter, wow! Und, ja. So. Und, ja. Stimme für Underground. Und, ja. Ich bin viertelnd Grund, yeah. Aha. Scheiße. Das war klar. Also, ja. Ja, 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 ja. Ich sag, voll oft, ja, fällt mir gerade auf. Ich weiß, wie ich darauf komme. 1,20. Nicht hasse diesmal. Trotz, zehn, uns gleich wieder im Spiel. Bis gleich, tschüss. So, und da bin ich dann auch schon wieder. Ich sag's gleich, auf diesem Map bin ich so richtig scheiße und ich hoffe, dass der Computer abstürzt. Weil, hier werde ich so episch failen, wie man sieht. Ich hasse diesmal. Aber, wir spielen sie einfach mal mit, damit ihr seht, wie diesmal ist. Alter. Nicht dein Ernst, oder? Wischens, einen Kill möchte ich haben. Oder, wischens, einen Assist. Ich mach's so wie schon mal. Ich leg mich jetzt hier hin und warte. Nein. Das mach ich nachher, wenn ich ganz verzweifelt bin. What the f- Hä, wie viele Punkte hab ich da jetzt gerade bekommen, da fu- Alter, ich glaub, das, was da in der Chat geschrieben hat, stimmt sogar. Ach, f*** dich. Ah, die schnapp ich mir jetzt. Was? Was? Bitch, please. Ey, den Messer ich jetzt, äh. Ne, ich versuch's lieber nicht, sonst krieg ich wieder übelsten Punktabzug. Aber, hallo? 9.999 Punkte? Für einen Schuss? F*** dich, du kriegst mich nicht. So ein Penis, alter. So ein F***ing Cheater, alter. Ich will mit dem Unsterbigkeit Cheat auch mal reinmachen. Die verstecken sich dann inzwischen auch alle hier unten. Hä? Ey. Ich hab jetzt keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Ja. Hoffentlich bleibt der Klient Host auch weg. Ich hab keinen Bock mehr auf den. Schießt doch nicht auf mich? Oh oh, EMP kommt. Ne, Atombombe. Oh oh, F***ing Cheat ist genau hier eingeschlagen. Und EMP war auch dabei. Oder, keine Ahnung. Ich hab die Bombe noch nie gezündet. Alter, ja, das ist so unfair, man die Cheaten, die P-P-P-Sol. Ich bin ganz traurig. Ich hab trotzdem mein Bestes gegeben. Was? Also. Das werde ich jetzt verlassen, Alter. Das geht gar nicht. Geht gar nicht. Nein. So, und jetzt kannst du die knicken, oder kannst du die knicken. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir in ein anderes rein, weil das hat mich gerade eben vor aufgeregt. Den Cheat kannst du schon was benutzen, wenn ich ihn benutze, aber nicht, wenn ich ihn nicht benutze, Junge. Hallo. So. Das leckt ein bisschen durch die Aufnahme. Ich hasse die wie immer da mit dem scheiß Sprachchattern machen. Nur weil ich's nicht mach, müssen die's machen. Ahja. Also, sehen wir uns gleich wieder auf der Montage. Tschüss. It's Facebook time. So. Ich versuch mich jetzt mal als Scharfschütze. genau da, wo ich ihn wollt. Ja, es ist spannend, ne? Pssst. Jetzt kommt ein Rufwettermer. Nee. Und dann steht er da. Das war ein Pienissack. Das ist nicht. Vielleicht hätte ich ihn ja getroffen. Danke. Was ist denn? Ernst. Ich weiß, wo sich der Pisser von mir versteckt. Der ist da gestanden. Ja. Und dau das hier. Scheiße Jungs Ja Willst du mich verarschen? So leicht kannst du es mir nicht machen, oder? Fick dich Fick dich Ah nebenher bin ich noch kurz auf Facebook Weil mich jemand was angeschrieben hat Dem muss ich natürlich nachkommen Nein Jetzt wollen wir gerade Pisteln Verdammt Fick, fucky, du Wow, bin ich gut, ich hab mal Punkte dafür bekommen Äh Verpiss dich Wer auch immer da war Ich geh jetzt in mein Entschuldigung Entschuldigung, jetzt hab ich grad was mich nicht tölt Falls jetzt jemand vorbeiläuft, tut mir echt leid Scheiße Ich muss mich grad aus Facebook auslocken Verdammt Okay, scheiße auf Facebook, scheiße auf Facebook Scheiße auf Facebook, den krieg ich, den krieg ich Verdammt Das hab ich jetzt aber nicht kommen sehen Okay, dann geht's hier weiter Würde ich sagen Ich drehe mich hier mit走ken Ich drehe mich hier ein bisschen den kreis Ja ich weiß was, ich noch Akku für 9 Minuten hab xivuuu nein Dummes Kind, ey. Verdammt. Okay, jetzt scheißen wir mal auf den. Jetzt nehmen wir mal den. Ähm, okay. Und da ist die Grunde auch schon zu Ende. Wer hat das gedacht? Okay, jetzt nehme ich noch ein paar Runden auf. Aber jetzt mache ich das erstmal aus. Dann nehme ich ein paar Runden noch auf. Und dann sind wir beim nächsten Mal, ne? Also nicht beim nächsten Mal, sondern das wird dann jetzt mein Weihnachts-Special. Uuuuh. 3 zu 8, echt so schlecht? Habe ich aber alle mit Sniper gekillt, ne? Nicht mit Ski. Leer. Oh yeah, okay, nee. Spaß. Bis zum nächsten Mal, gell? Tschüss. So, ja. Gradien ist, äh, das Brombergeschlüsse muss ich mit dem Spiel. Tschüss. So, da bin ich wieder. Ich hab kurz noch was ändern müssen. Und jetzt geht's gleich wieder los mit der Fallen Action. Ich tue mich hier fast selber. Und bin ja schon von einem Scharfschlitzel erledigt worden. Und es leckt ein klein wenig. Das soll uns jetzt auch nicht daran hindern. Zu spielen. Ach, man, die scheiß Scharfschlitzende. Den schnapp ich mir. Ach, der wurde schon geschnappt. Tschüss. Halleluja. Junge, das... Den könnte ich mir schnappen. Ohne dass ich Gefahr dran bin, sehr von selber getötet zu werden. Eigentlich hab ich schon selber Angst, dass ich jetzt gleich getötet werde. Junge! Du kleine Mongo, ey. Junge! Ich kannte das spawnen. Den hätte man assistet. Oh, Mann, ey. Ich hasse diese fucking Hubschraube immer. Äh... Ich gucke immer die ganze Zeit, wie es bei mir steht. Deswegen unterbreche ich ab und zu die Aufnahme. Und was soll das? Was hab ich denn getan? Hm. Jetzt läuft's gerade überhaupt nicht gut. Sonst läuft's besser. Oh. Woa. So. Erwischt. Ja. Ja, ich bin Waffelrang aufgestiegen. Ich werde jetzt nochmal kurz eine andere Klasse, damit ihr auch mal ein bisschen was anderes vor mir seht. Ah, aber auf den Akimbo werde ich natürlich nicht verzichten. Okay, okay. Also... Ich sag mal kurz dazu, dass ich das jetzt gerade aufnehme. ist halt ein bisschen später dazu. Also, das wird jetzt mein Winter-Special sein. Mein Weihnachtsspecial. Kann ich leider nicht am Weihnachten hochladen. Die Internetverbindung würde so lange brauchen, dass... ich am Neujahr wahrscheinlich noch dran sitzen würde, um es hochzuladen. Ah. Und... Ja, deswegen gleich ist es schon voll hoch. Ähm. Es... wird es einfach von den Let's Fun sein. Juge, stimmt doch. Das gibt es nicht. Komm jetzt her, du kleines Opfer, da. Oh, das gibt es nicht. Jetzt ist dieser Scheiß-Teil schon wieder da. Hallo? Hallo, ich will die Kiste aufnehmen! Ja! Ich mach immer bloß Assists. Endlich! Was? Warum kann ich das nicht aufnehmen? Oh. HFC-Eypro-Klar. Jungen, nein. Jungen, das gibt's nicht! Schon wieder der letzte Abschuss! Ich nehm jetzt noch eine Runde auf und dann war's das. Ach, ne, ich war's nicht. Doch, ich war's. Also, jetzt läuft's gerade richtig scheiße. So. Jetzt sind wir für underground. Ah, 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 ah. Wir sind im Untergrund. Yeah. Ah, Black and Yellow. Nein, Spaß. Ähm, was kann ich noch sagen? Also, ähm, gerade vorhin, wo ich andere Plot spielen wollte, da ist das Programm abgestürzt selber, in den freiges zu bearbeiten, wenn verdient zum ho Notes auf und Pflicht wird festgeben. Bis jetzt habt's noch nichts verpasst. no. Bis jetzt、 bestimmt muss ich nicht weiter. Es wird das wissen, wie vorher... era dieses Programm La 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 jetzt geht's auch geschlossen sind uns mit dem spiel bis gleich nehmen wir mal die klasse das ist allerdings finde ich auch sehr gute so Junge nein oh Joschen das Muskel der Scrabam so übel schlägt so ja also bis jetzt hat die Runde sehr schlecht angefangen für mich und würde ich auch sehr schlecht enden für mich ja oh oh ich wollte ihn gerade messern komm her hey ich war hinter der Mauer jetzt war so jetzt müsste es etwas flüssiger laufen ich habe gerade die Aufnahme gestoppt und nochmal gestartet was leck mich doch am Arsch leck mich am Arsch Junge das schlie jetzt als jetzt regt es mir auf als wenn es so weiter geht wäre ich das nicht auf YouTube hochladen ich blem mich hier voll also jetzt blende ich mich auch noch selber so ich verpiss dich ey so nochmal die Aufnahme gestoppt und gestartet es leckt immer noch es leckt immer noch ich habe keinen Bock mehr ey ich habe keinen Bock mehr du du das wartet kurz ok jetzt läuft es wichens hallo ja ey das einzige was ich machen kann ist mich hier unten verstecken und sterben gehen alter alter das ist doch nicht mehr normal warum tust du mir das an so so jetzt blende erstmal hinter mir und wick dich ich habe ihn gesehen keine Angst ich werde Rache schwören Fick dich Hubschrie Hubschrauber so Junge mach schnell weiter ey mach schnell weiter hä hä willst du mich verarscheln? ey ihr habt das doch auch gerade gesehen oder? und ich habe jetzt gerade eben gar nicht aufgenommen wo bin ich ein wo bin ich ein O-Pro auf zu lecken Kackspiel wischend wischens habe ich ihn jetzt erwischt wischend ist ein little triumph was was ich habe ich doch erwischt kitzst echt mir sind die ihr colleg Helsinki Und damit auch das Weihnachtsspecial. Freut euch drauf. Ihr habt es gesehen. Und ja, wenn ihr jetzt auf Bootleg drückt, kommt zu meinem Kanal. Und wenn ihr auf Autopost drückt, könnt ihr mich abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.